Wir kommen zurück bei der kleine Schmeichel-Schnuckel-Kudelschmiede. Bier! Ja, wo war ich eigentlich hier? Ah, ich glaube, ich wollte hier nochmal ein Erz herstellen. Nimm. So. Da wir habe... Ich nehme einfach mal ein... Wo ist denn? Da ist denn. Bleib hier! Ne, wollen du? Manchmal. Ich glaube, ich brauche noch... Ah, er ist drin. Da habe ich da. Das sieht doch schön aus. So. Da war ein Eisen. Das mit einer Eisenlegierung hier machen. Ich habe ein Eisen nicht wegfahren. Würde. So. Da haben wir hier drin. Ein Titaneisen wird das also, ne? Viel Spaß bei Kuscheln. Aha. Hier ist unser Griff, den wir hier dafür zusammensetzen wollten. Ein bisschen auf der Erde gelangt. Moment. Ah ja. Da musste man niesen, ne? Kann aber doch. Metall ist jetzt noch nicht geschmolzen. Wie sieht unsere Finanzen aus? 107. Magie. Ah, ah, ah. Kann ich noch ein Konstruktoren kaufen? Kann ich ja noch mehr kaufen? Das ist ein Werkinterieur. Ah, hier ist ein Magietisch. Teleporter. Damit kann ich raus. Kann ich hin. Damit kann ich entkommien. Zurück. Die Böden wir noch am Dorf, was ich habe. Deko kaufen. Da muss man nicht schmolzen. Also immer nicht schmolzen. ich glaube ich mache diesmal wieder ein schönes breitschwert sieht aus mit kundschaft können die reinkommen ja die können anklopfen wenn ich diese zwei fünfhunderter und in vierhundertfünfziger was habe ich erwartet habe ja kommt hier rein den wir doch geben wieder sehens es mindestens schöner denkt jetzt da auch gehen noch genug ich habe ein schild wie sieht mit meinem erz aus wir machen schon bereits werde ich sagen wir machen so am anfang so dann wird da ein bisschen dingsel etwas weniger zackig dann so dann als finish ne das passt nicht nochmal ein rasierer jawoll so 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 schnell oder vielleicht einfach ein hartes stahl ist ist eine titan-eisen legierung ne wird einfach knallhartes material aber so der typ die dat schwert jetzt kaufen wird er wird besser wie besser ansehen als ob er aus dem krupp stahlwerk geholt er wird selbst in krupp neidisch die können jetzt auf industriell maß fertigen maß und massen fertigen verdammt gucke warte schreibe zum glück haben wir ja das teil rechtzeitig raus natürlich verkaufe 75 in 75 ein bisschen mehr hatte noch die karte ich noch mal aufhitzen machen wir das schön warm das teil so treffen so schau mal an schöne gelungene klinge wasser immer löschen hier ne so haha ich hab spiel verpackt so flammen flammen ist weg jawoll hat es geschafft so 1 2 3 3 so fundmaterial rein damit das ist das ist auch ein schönes exemplar hier damaskus vorwärtig nicht ich glaube ich muss mal das holen der damaskus hier das ist ziemlich schön geworden so für sehr 417 ok ich werde noch mal was dem was anschaffen für unser nächstes schwert aber auch noch eisen und eisen dafür sein d'alldose das noch gut manchmal eine komische likierung für den hier hier silberkupfer d'angsten ok ich werde ein bisschen extra ordinär aber könnte wird werden fünf große fünf kleine da muss sie wieder große sein bitte zwei kleine so jetzt kommen die kleinen so schön in der mitte mit dir und der liefkopf perfekt so Dankeschön, ist kein guter Damaskus, aber weißt du, es wurde mich wirklich nicht gegönnt gerade mit die Steile. Sonst habe ich eine miserabel Damaskus-Präsentation gehabt. So, und da. Noch nicht geschmolzen. Das hat eine sehr hohe Schmerztaporte. Machen wir wieder ein Dünnschwert hier raus. Das ist ja eins, der so richtig durchdünn geht. So, da, 12. Machen wir wieder. So. So. Ob ich auch letzten Endes vielleicht Goldschwerte machen kann? Wer weiß. So. Ah, schon abgekühlt. Verdammt. Drei mit dir. Drei mit dir. So. Ich werde wieder warm. Soll es sein. Nein. So. Die ist so nah an der eine Kante. Bei Schmalschwerten sind gerade etwas schwieriger zu sehen. So. Fertig. Einer hat es schon fertig. Fertig. Du bleibst hier. Grundschaft, ich bin da. So. 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 Nur noch eben. Schwert finden. Drei mit. So. 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 1. 2. 3. 1 2 3 1 Oh, da war ich gleich. 3 Ah, 39. Konnte eh was schlimmer sein, ne? 3 Münster, also... Feierende Schnellgutschaft, ne? Muss man auch haben, die bringen ja Geld. Nicht nur immer die Großen machen es. So, die Zunge bist bereit, ne? Oh, da ist der Eisen. So, Ecke fertig. Und wieder abgekühlt. Dieses Teil ist ein bisschen sehr sprüngig. Sehr sprüngig. Oder etwa. Verdammt, wo ist es hin? Da ist es hin. So. Ein bisschen höhere Glut nehmen lassen. So. So hat schon Farbe. So, Ecke fertig. Und schon wieder abgekühlt. Damit ist ein Hitzegleitendes Schwert. Und schon wieder abgekühlt. So. Jetzt aber. Komm, Treff. So. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt haben wir dafür den Hitzegleitenden. Und dann nicht abgehört, bis die Seite hier vollendet ist. So. Geschafft. Ich gehe mal schnell ein Feuerlöschchen. Ah. Steuerung. So. So. Oh. Ups. Dort wollte ich nicht. Ah. Schade. So schade. Verdammt. jetzt nicht wahr mehr. Na ja. Wollte ich eh Damaskus machen, ne? So. Mittelgrößige Platte ist das, ne? So. Mittelgrößige Platte ist das, ne? Für der hier wird etwas. Platten komme ich leicht favorabel entgegen. Aufセinbarung. Das wird ganz schlimmer sein. So, jetzt sorgt, dass du Temperatur hast. Ah mein, wenn es da abhaust, dann bin ich auch mit dir fertig. So. Ah, Damaskus hat ja versagt. Ah ja, Miss Investment.